Das wollen CDU, CSU in Shorts. Allgemein ist sie geprägt von christlich-sozialen und konservativen als auch liberalen Standpunkten. Ihr Spitzenkandidat Armin Laschet. Geld und Finanzen. Neue Schulden machen? Nein. Mehr Geld vom Staat löst nicht alle Probleme, finden Sie. Nach Corona soll wieder mehr gespart werden. Steuern erhöhen? Nein. Für Unternehmen eher senken. Investieren will sie in Digitalisierung und Infrastruktur. Klimaschutz auch, aber Maßnahmen müssen zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führen. Außerdem das hier. Pausieren. Sparen für die nächste Krise? Ja oder nein? Kommentiert. Digitalisierung. Die sieht sie als große Chance. Wirtschaft und Wohlstand sollen so gesteigert werden. Ein neues Digitalministerium soll auf Bundesebene unterstützen. Viele Social Media Apps und Smartphones kommen nicht von europäischen Herstellern. Das soll sich ändern, auch damit Europa unabhängiger wird. Innovationen sollen nicht durch zu viel Datenschutz ausgebremst werden. Außerdem das hier. Pausieren. Mehr Influß gibt's auf der Seite der WPB, genauso wie den Wahlomaten. Alles in der Beschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank.